Ringe, hier ist ein Ringe, frühen und flacher Kreis. Alle diese Ringe haben etwas Magisches, sind Monumente der Beschwörung. Eines nebensolten Grundformen im Kreis ist das Quadrat. Und wie arbeitet er mit der Grundform des Quadrats? Das Quadrat als Fläche wird nach oben gesetzt und wird zum Rümpfen. Und die Würfe erscheinen einzeln, gereiht, gestapelt, kleine Quadratformen, große Quadratformen, als wenn Jeff an die Wand lehnt, immer wieder auf den Boden gelegt. So ist Jan de Ferreira des Reganzen, ein Bildhauber, der arbeitet, das Material Gold in seiner Besonderheit zu erkennen sind, dieses Besondere verhandelt und mit Respekt verhandelt. Zugleich hat das Material formend und gestaltet in die Bildhauern seit Jahren. Und das ist ein Bildhauber, der ist ein Bildhauber. Und das ist ein Bildhauber, der ist ein Bildhauber. Und das ist ein Bildhauber. Amen. 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 Amen.